Heute spiele ich R.L.Craft, das härteste Modpack, das die Menschheit kennt. Und soll ich euch was sagen? Es war verdammt nochmal gruselig! Hier ist, was ich erlebt habe in R.L.Craft. Ich weiß nicht, ob man das anfassen sollte. Nein, definitiv nicht! Definitiv nicht! Mein Kopf ist ein bisschen kaputt und ich bin gerade am erfrieren. Das ist doch immer schön. Mann, ich möchte nicht sterben, weil ich erfriere! Mann, ich spawne auch in einem kalten Biom. Kann ich nicht irgendwie in einem Planes-Biom spawnen? Nee, ich muss im kältesten Biom im Spiel spawnen, weil wir eine Mod dabei haben, die eh schon macht, dass man einen Kältun zu spielen kann. Danke dafür, R.L.Craft! Oh nein! Wir spielen genug Reelite, um zu wissen, wie das endet. Und ich möchte zu weh- Oh nein, 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 nein! Geh weg von mir, geh weg von mir, geh weg von mir! Ich habe einen Stein und ich werde ihn benutzen, Drache! Was ist- Leute, was ist- Nein, 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 nein! Okay, ähm... Was kann ich mit diesen Steinen machen halt, ist die Frage? Okay, auf jeden Fall nicht so! Auch nicht so! Bist du... bist du freundlich? Hallo? Ähm... Ich tu dir nix und du mir nix tust! Okay, ähm... Ich will aber nicht in deinem Ding stehen, ne, actually... Okay, ich kann hier... Okay, wenn mein Kopf kaputt ist, dann kann ich mich gar nicht mehr heilen. Wenn meine Beine und so kaputt sind, kann ich mich nur nicht bewegen. Ja... Kann ich mir schon vorstellen. Hier öffne ich mein... Okay... Preatures... Beast... Rebecca... Okay, ähm... Es scheint ein Herbivore zu sein, also ein Pflanzenfresser, das ist schön. Aber ich werde es nicht angreifen, weil sonst bin ich down. Das ist schon wieder... What the... Okay, ich bleib weg von dir und ich sollte vielleicht nicht nass werden. Wirklich Leute, mich wundert es, dass ich noch lebe. Okay, anscheinend hatte ich das die ganze Zeit falsch. Es waren nicht diese Rocks, sondern wir müssen Gravel suchen. Und honestly, ich möchte mich keinem Viech nähern, während ich das suche. Außer... Außer meinen schönen alten Friends, die, äh... Warte... Rebecca... Genau, genau. Is I chill? Is I chill like that? Da vorne ist Gravel! Da vorne ist Gravel! Warte, ist das so schlau, mich hier... Hochzugraben? Okay, okay, Flint, Flint, Flint. Und das muss ich jetzt halt auf Stein rechts klicken oder so, glaube ich. Oh fa... oh nein, jetzt... jetzt bin ich nass. Okay, ähm... Okay, ähm... Ernsthaft? Ich brauche irgendwie nen blinden Knife. Und das kann ich mir nur graften mit nem Flint Shard. Okay. Und bei diesen Bäumen sind auch die Äste so hoch. Warum... Warten spawn ich hier? Okay, hier ist nass. Okay, gut. Den hab ich, den hab ich, den hab ich. Leute, ich weiß echt nicht, was ich hier tun soll. Ich geb euch nen Update, wenn ich irgendwas interessantes herausfinde. Ah, Leute, ich hab vier, ich hab vier, ich hab vier. Leute, 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 Leute. Leute, 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 Leute. Ich brauch irgendwas warmes und zwar schnell. Okay, wenn ich mich bewege, geht's wieder einigermaßen, aber... Puh. Ich möchte nicht sterben in diesem Werk, wie gesagt. Nur, wenn's wirklich 100% nötig ist. Okay. Was hab ich gehört? Nein, nein, was findest du? Was findest du? W-w-fuck. W-w-fuck, Leute. W-w-w-fuck. Los, Hartwig. Los, los, Schwein, gib mir dein Fleisch. Gib mir dein... Okay, okay, um... Wo liegt das Schweinefleisch? Wo liegt das Schweine... Okay. Nein! Jetzt hab den fucking Skelett one-shotten mich fast. Ich spawn unter Wasser. Geil! 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 Warte... Oh mein Gott! Hier ist aber ein Haus! Oh mein Gott! Das ist ne halbe Basis! Oh mein Gott! Ich hab ne Sonnenbrille! Oh mein Gott! Ich hab ne Sonnenbrille! Geil! Kann ich hier... Gibt's hier ein Bett oder so? Ja! Leute, ich hab ein Bett! Ah, Leute, ich fühl mich so gut! Wow! Woah! What the fuck? What the fuck?! Woah, das war ein Jumpscare. Okay. Diesen Baum kriege ich aber tot. Der ist nicht stark. Los, stirb! Alter Leute, der hat mich so gejumpst gehört. Und jetzt hat BAM, der hat mir nur nen Stick gedroppt. Was ne Enttäuschung dieses Drecks, wie. Jo Leute, ich hab realisiert, dass hier grad die Audio übel zu abgekackt ist. Ich bin grad im Videoschnitt, ich schneid' einfach zu dem Teil, wo es wieder halt einigermaßen ging. Aber tut mir leid, das wird sich besser nicht verliessert. Oh Gott, ja, wollte mir einfach einen Stock geben, damit es mir besser geht. Ich weiß, ich hab euch verärgert, damit, dass ich nicht nachgefragt hab. Aber scheißegal, jetzt hat man's heute nicht nachfragt sein. Drum gib mir einfach diesen Scheiß. Bitte habt ihr mich erhört? Wenn ja, dann sag ich euren Ding. Okay, hab ich jetzt nicht gesagt. Aber ich mein's ganz, wenn ihr mir das gebt, dann fühle ich mich gern doch besser als davor. Und das wär echt ganz schön nice, oh man, no. Vielleicht ein nächstes Mal, wenn ihr mir einen Stock gebt, dass ich euch hab. Okay, ich soll dafür mit dem Gay-Lounge, das könnte man ganz schön falsch verwerten. Ich seh' wie es ist. Ich hasse dich, du kleine Bitch. Find' dich einfach lächerlich. Vielleicht sieht dich niemand mehr. Wenn ich mit dir fertig bin, möcht' ich, dass du nicht mehr stehst. Weil du mich gut siehst, erledigt. Ich glaube es ja, ja. Ich muss jetzt herklafen gehen, weil es die Zeit ist, wo ein böse Monster kommt. Oh, what the, what the, oh! Oh! What the fuck? Oh! Leute, was ist das? Oh! Oh, oh, oh! Geh weg von mir! Gleich ist er tot. Gleich ist er tot. Ja! Oh! Oh Leute, ich hab' ihn umgebracht. Ihr wisst nicht die, die Anzahl an Erleichterungen, die ich grad fühle. Das kann man nicht nachvollziehen als normalsterblicher. Aber meine Flint-Charts hat mir einfach geklaut. Das heißt, ich muss mir jetzt einen neuen machen. Aber egal, ich weiß ja jetzt, wie es geht. Okay, hoch noch. Leute, das war's. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ja, ja. Und da war's же so. Wie schön auf jeden Fall. Ich bin immer noch die dicke, skyrocket, hier. Der shitsst. Vielen Dank.